Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren YouTube-Kanal bestätigen lassen könnt. Was ist ein bestätigter YouTube-Kanal? Euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr euch auf diversen YouTube-Kanal-Seiten befindet, dass neben so manch einem Kanalnamen ein kleiner Haken erscheint. Dieser kann im Aussehen etwas variieren. Das hat damit zu tun, wann der Kanal bestätigt worden ist. Aber im Großen und Ganzen signalisiert euch dieser Haken, dass es sich hierbei um einen bestätigten YouTube-Kanal handelt. Wenn ihr auch einen bestätigten YouTube-Kanal haben möchtet, müsst ihr natürlich erstmal einige Bedingungen erfüllen. Bedingung 1. Euer Kanal braucht eine saubere Weste. Was also bedeutet, keine Strikes oder keine Verwarnung. Bedingung 2. Ein bestätigter YouTube-Kanal kann erst ab 100.000 Abonnenten beantragt werden. Oder anders ausgedrückt, ihr könnt erst ab dem Erreichen von 100.000 Abonnenten euren YouTube-Kanal bestätigen lassen. Wie kann man seinen YouTube-Kanal bestätigen lassen? Das ist sehr einfach. Schaut einfach mal kurz auf meinen Monitor. Ihr begebt euch hierfür auf eine x-beliebige YouTube-Seite und begebt euch oben in die Bildschirmecke. Hier findet ihr euren Avatar und neben dem Avatar findet ihr das Hilfe-Symbol. Klickt bitte hier drauf, wählt bitte den Punkt Benötigen Sie weitere Hilfe und wählt hier den Punkt Creator-Subort nutzen. Hier bekommen wir nun weitere Untermenüs angezeigt. Hier wählt ihr den Punkt Kanal und Video-Funktion. Hier sehen wir auch gleich, dass hier der Punkt Bestätigungs-Kennzeichen beantragen aufgeführt ist. Dieses klicken wir einfach mal an. Auf dieser Seite bekommen wir nochmal genau erklärt, wie wir das Bestätigungszeichen erhalten. Um nun das Bestätigungszeichen zu erhalten, gehen wir wieder zurück zu Hilfe und Support und wählen hier E-Mail an den Support senden. Klickt einfach hier drauf. Füllt bitte die Felder aus. Hier unten angekommen, klickt ihr nun noch zusätzlich auf Möchtest du ein Bestätigungszeichen beantragen? Klickt hier einfach auf Ja und sendet eure Nachricht ab. Wichtig, schreibt natürlich hier in diese E-Mail hinein, dass ihr das Bestätigungszeichen beantragen wollt. Und noch wichtiger, bitte sendet diese E-Mail nicht ab, wenn ihr nicht die Kriterien für das Bestätigungszeichen erfüllt. Sendet ihr nämlich hier die E-Mail ab, könnte das eventuell ein negatives Licht auf euren Kanal werfen. Denn es wurde ja ausdrücklich in der Hilfe formuliert, was für Bedingungen ihr erfüllen müsst, um dieses Bestätigungszeichen zu erhalten. Nun werdet ihr in einigen Tagen wieder eine E-Mail des Subortes erhalten, in denen ihr entweder bestätigt bekommt, dass ihr das Bestätigungszeichen erhaltet oder indem ihr eventuell mitgeteilt bekommt, dass ihr es nicht erhaltet. Wird euch mitgeteilt, warum ihr es nicht erhaltet, so werdet ihr darüber informiert, was für Bedingungen ihr noch erfüllen müsst, um es zu erhalten. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt einfach noch zusätzlich auf das Glockensymbol neben dem Abo-Button. So werdet ihr über weitere meiner Videos auf dem Laufenden gehalten. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.